ach ja dann wollen wir mal ich hoffe die sind einfach so bevor die auf komische idee kommen man weiß es ja nicht sie müssen aufpassen pilot das kannst du laut sagen sehr leite habe jetzt in die falsche taste gedrückt okay was will er mir sagen das gucken wir uns mal an genau wenn es dann sonst auch mit ist ich glaube dass ja alle sie kann ich das noch mal sehen doppel sprung daran rennen rennen sprung ach du schade du hast es nicht so wird ja sehr schlau sehr schlau das ist doch alles zum ganzen hier nein 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 ja geschickt außerordentlich geschickt so zumindest hier sind wir drauf gekommen und er hat das dann nach voller voller formschönheit ups falscher button voller formschönheit ist ja dann noch weiter rauf die haben wir jetzt zwar nicht so formschön gemacht aber wir sind auch weiter drauf bevor du mir ärger machst ach ich soll da war schon oder wie das gitter ist zu ich weiß jetzt gerade nicht wo es weiter geht wir gucken noch mal ob ich irgendwas finde was darauf hin deutet wo ich hin soll nicht so richtig da kann ich aber nicht rein da kann ich aber nicht rein genau glaube es hackt das ist jetzt nicht dein ernst oder dass ich da irgendwie hinkommen soll ei 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 na dann so jetzt bin ich zwar hier drauf da ihr dreht doch echt durch ne das kann man echt nicht anders sagen das ist ja das ist ja das ist ja das ist für mich immer so ein bisschen der hasse wo bin ich denn jetzt hier ich glaube ich muss hier entlang zum glück bin ich da doch irgendwie aufgekommen und dann doch nicht oder beziehungsweise dann gestorben aber lieber einmal ich hoffe ich hoffe jetzt dass wir gleich mal auf bt wieder treffen würde ich mal sehr bevorzugen da kommen wir doch gerade her da kommen wir doch gerade her ach da geht's weiter nehmen wir den noch so lange das ist ja auch sehr sympathisch von dir ne ne will ich jetzt gerade mal nicht äh tag du hast übrigens was auf meinem hut markiert naja das ist schon noch ein stück weit stück weit ist das noch ach guck mal einer an man weiß nie die sehen zwar jetzt nicht noch nicht gegnerisch aus aber sie können gerne zu gegnern werden vermute ich mal äh lalalala alter euch geht es ja wohl zu gut ne ok ok das maß ist voll ich komme im kontakt ok wer kommt jetzt die mümklen unter ok gucken wir uns an welchen kontakt meinst du denn ich stehe hier ich stehe hier und warte darauf dass du dein köpfchen ach warum schießt der da vorbei na komm Kuckuck komm schon ja ach das war der plan simpel und einfach tak hey ey 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 lass das lässt du das mal heilen 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 wär schön oh 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 nicht gut ach fuck you ich brauch dringend andere knarre hast du eine hast du eine wo ist ein Arschloch ich hab die doch eben gesehen ne naja hast du nicht ja damit wir müssen die schlammströme deaktivieren um uns neu zu formieren ich habe die steuerung auf ihrem an so mal eben auch keine muni mehr für na gut mal soeben durchmarschieren ist da auch nicht möglich was immer der alternator ist ich weiß es nicht die habe ich jetzt schon mehrfach gesehen aber deshalb muss ich sie nicht zwingend nehmen toll ist das was bist du äh warum kann ich dich nicht nehmen hallo hallo warum ach das ist die graber ja gut das erklärt einiges so dann folgen wir mal BTs gemeckere so was haben wir denn hier überbrücke pumpenfiltersystem notabschaltung initial na süß gewoll was was pumpenabschaltsequenz 20% was passiert hier gerade was passiert hier gerade wer ist das denn weg die schlammfälle enthalten in hoher konzentration schwermetalle die meine zielerfassungssysteme stören alter was sind das denn für ätzende viecher was sind das denn für scheißviecher alter vollkommen assi ey alter die darfst du nicht so nah rankommen uuuhh jaja das hilft mir jetzt mal gerade gar nicht mein freund das heißt die titers und im abschaltsequenz 20% scheiße weg 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 Wer kann das sein? Schieß einfach. Denn der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern verstößt... Dann überschreibe es. Das ist mir scheißegal. Ich glaube es nicht. Alter, ihr tickt doch nicht ganz sauber. Alter, die darfst du echt nicht nah rankommen. Oh, fickt euch. Entschuldigt, das habe ich nie gesagt. Oh, die, die Viecher sind ja voll der Hass, ey. Ach ja, genau, das hast du dir so gedacht. Na ja, setzt, setzt ihr mal Klicks ab. Hör ich da richtig? Jo, die Scheiß sicher kann auch... Alter. Das ist auch mal ein nettes Ziel. Nur... 50%? Du willst mich verarschen. Ich höre da schon wieder... Hat er eben wirklich 50% gesagt? Eieieieieieiei... Da ist ja wieder so ein Scheiß wie... Abschaltwegbends 80 Prozent. Pumpenabschaltwegbends 90 Prozent. Na komm, na komm, Baby. Komm, Baby, komm, Baby. Ja, stell mich mal in den Weg. Genauso hab ich mir das gedacht. Ja, könntest du jetzt mal. Ja, wenn du das mal so einfach sagst. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da rüberkomme. Äh, ha, ha, ha. Da unten wird sich eigentlich durch. Ist nur die Frage, wie... Ach, wahrscheinlich hier drüber irgendwie. Hm. Ich wüsste nichts anderes. Ja, so kann man es natürlich versuchen. Ja, ja, ist klar. So kann man es natürlich versuchen. Hä? Penner. Laufst du mir doch nicht direkt vor meine Flinte. So, Arschlöcher. So, Arschloch. Ach. Immer noch, ach, ehrlich. Ich habe alles für ihre Akte notiert. Ausgang auf dieser Seite identifiziert. Ja. Sehr witzig. Wenn das mal so einfach wäre. Ich wüsste aber auch echt keinen anderen Weg als da rüber, über die scheiß Ding, an die Wand und dann rüber. Vielleicht übersehe ich auch was, ich glaube es aber nicht. Sag ich ja. Ei, 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 ei. Enter drücken. Übergebe Steuern an Piloten. Das ist ja mal schick. So, was jetzt? Wo ist denn... Wo sollen wir denn jetzt hin? Äh, sagt mir erstmal gar nichts da, wahrscheinlich. Protokoll 2, Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Ja, das hatten wir schon. Das wissen wir schon. Das ist ja nichts Neues. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mit dir da so durchmarschieren kann. Ich teste das einfach mal. Kann ich offensichtlich. Ja. Gesundheit voll für den Titan, ne? Das ist doch mal schick. Was denn, seit wann bist du hier der Bestimmer, du Arsch? Das muss man jetzt auch mal so sagen. Ich glaube, da geht's raus. Da ist zumindest Licht. Und Licht sollte meistens mit... Du warst nicht zu Cain's Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Aha. Sieh an, noch so ein mächtiger ein Held. Mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja! Du gefällst mir. Hahaha. Kommst mit einem besser zu einer Messerspecher. Was, 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 was? Die Party kann losgehen, Grünschnabel. Ja, da wollen wir mal. Halten Sie sich von Cain's Termitrückstellungen quer. Wir sind gefährlich. Das... Aua. Was denn? Die kann ja, Bursche, dann ab. Schön. Schön ist das alles nicht. Arsch. Das war ja mal gar nix. Naja. Einen Versuch gebe ich uns heute für heute noch. Die Party kann losgehen, Grünschnabel. Ach, da ist noch. Die sind zu zweit. Na, das ist ja mein Traum. Und wir fährt. Wir sind jetzt noch. Warum? 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 Ich war mir schon so. Auf deinem Leitendrück schnabeln. Warum? 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 Leck mich am Arsch. Ich sag mal, holler die Waldfee. Gut, aber nicht mehr heute, ihr Lieben. Jaja, schießt ihr mich mal weg. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, was auch immer. Bis denn dann. Bt-7-2-7-4. Your data recorder says your original pilot was killed in action. Correct. My original pilot was KIA. I am now linked to Rifleman Jack Cooper. Who authorized this? We had no other options. What are your protocols? Protocol 1. Link to pilot. Protocol 2. Uphold the mission. Protocol 3. Bt! Protect the pilot. Standby for Titanfall. Trust me. Come on, Ned! Come on, Ned! Come on, Ned! Come on, Ned!